Hallo und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6 mit mir, mit Haden und Pericles, dem Griechen. Ja Mensch, einiges passiert. Es ist schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal weitergespielt habe. Ich habe euch versprochen, kein Let's Play bleibt zu Ende gespielt. Oder wie man das jetzt auch sinnvoll ausdrücken mag. Ich beende jedes Let's Play. Und wenn ich sowas verspreche, dann will ich das auch halten. Darum jetzt eine specialige Nachtfolge von Civilization 6 als Griechen. So, gucken wir uns nochmal kurz den Status an. Also ich habe hier so ein bisschen Religionskrieg mit den Franzosen, aber nicht wirklich. Also sie nehmen mir ab und zu mal ein, zwei Staaten weg, aber sie haben jetzt glaube ich schon alles ausgegeben, was sie so haben. Und sind ganz schön dabei, den Kürzeren zu ziehen, weil ich auch die Stadtstaaten auf meiner Seite habe. Ja, und demnächst wird Sansibar meiner Religion angehören. Und ja, die Azteken hatten da so ein bisschen was mitgemacht. Uruk ist dem Sikismus der Franzosen heingefallen. Allerdings, wenn man sich mal die Werte anguckt. In Uruk gibt es vier orthodoxe christliche Bürger, obwohl ich glaube diese Anzeige funktioniert nicht korrekt. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil hier wird Sikismus angezeigt. Egal. So, ich denke, wir haben schon ein paar Weltunter gebaut. Wir kommen ganz gut voran. Ziel ist ja immer noch der Kultursieg. Und doch, da sind wir doch ganz gut mit bei, oder? Wenn ich mir hier so die Weltrangliste angucke. Kultur. Ich liege vorne. Herrschaftssieg liege ich vorne. Nur Religionssieg, da muss ich aufpassen. Der Spanier macht mir so. Hier oben wieder die mit ihrem Regionskrieg, ey, wirklich. Könnt mich mal. Aber sowas von. Sobald ich den Leuchtturm fertig habe, weiß ich, was ich als nächstes hier baue. Aber ganz gewiss. Museen stehen im Kampf um Kultur von Gut gegen Böse an vorderster Front. Auf jeden Fall aber beim Kampf gegen alles Geistlose und Primitive. Die Ermitage. Michael Piotrowski, Direktor der Ermitage. Ist das nicht so? Ja, das ist es. So, also eigentlich sieht es ja auch ganz gut aus. Ich muss nur noch irgendwie die Franzosen dazu kriegen, dass die meine Religion einnehmen. Wie dieser schreckliche Religionskrieg hat nicht mal aufhört. So, das waren wir da. So. Schreien. Müssen wir jetzt mal religiös aufpumpen. All die Franzosen gehen mir da doch ganz schön auf den Sand. Ah ja. Wir sind noch im Krieg mit den Assteten. Dann klaue ich ihnen nochmal glatt eine Einheit. Das war aber auch Scheißkrieg für die Assteten. Wir haben zwei Städte an mich verloren und das war's. Na Wahnsinn. Was ist denn hier hinten her? Als ob hier irgendwas Sinnvolles passiert. 300. Wieso dauert das? 400 und Runden. Okay. Bau erst mal das. Also das... Was mir jetzt etwas schläft, aber... Muss ich ja nicht um mich gleich verstehen. So. Dann schauen wir doch mal. Die ist noch da. Obwohl. Ja. Ja. Ich kann die beiden zu nem Korb zu sein tun. Nö, erst mal nicht. Ich möchte dich nach da hin tun. Du bleibst erst mal hier. So. Sollen die Franzosen hier tun und lassen, was sie wollen? Das ist mir egal. Der hat hier noch eins, zwei, drei Apostel. Die müsste ich loswerden. Dann könnte ich den Rest nämlich auch... So. Und dann muss ich mal gucken. Du bist mir mein... Ach, der errichtet mir doch ein Park. Ist das richtig? Nee. Haha. Du holst mir hier... Du bist Archäologe. Hm. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Äh. A.O. Das religiöse Viertel ist erst im Bau. Und hier... In meiner Heimatstadt. In meiner Hauptstadt. Könnte ich schon mal ein Apostel errichten? Na denn. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja. Der Brasilianer ist nur sauer, weil ich ihm immer wieder große Persönlichkeiten weggenommen habe. Die bessere Kultur gewinnt, meine Freunde. Die bessere Kultur. Naja. Schwingt euch auf Boote und verschwindet. Hier, geh... Geh hier rüber. Wir haben uns entschlossen, in diesem Jahrzehnt zum Mond zu fliegen und noch andere Dinge zu unternehmen. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Hier bitte raus. Hähä. Der Mensch eliminiert andere. Oh, Übersetzer Oh ja, ein Übersetzer Und den schicken wir dann nach Toronto Aber klar So Schneller Einsatz Okay, oh man Eine Kriegspolitik, was können wir denn da nehmen? Äh Der Weltraumprojekt für Städte mit Naja, alles ganz nett Was gibt's denn hier an schönen Honi? So, Kampfstärke Fortbewegung Wenn Zug Sammelt 25% weniger Kriegsmüdigkeit ist auch irgendwie nett Aber Nicht ganz mein Ziel Not so much Hm Tja Ach je Gibt's aber auch nix sinnvolles So, ja genau So rum war das Ach, also nur Militär Dinge Schwierig Schwierig Ja, machen wir's so Was soll man dazu sagen? In elf Runden krieg ich den Eiffelturm In zwei Runden krieg ich hier das nächste Äh, ja Das perfekte Industriegebiet Oh, du könntest mal die Kohle abarbeiten Du hast noch drei Aufladungen Ja, ich glaub den schick ich Kohle abarbeiten Das ist eine sehr, sehr gute Idee Oh, hi Ja, das find ich gut Das sollen sie mal machen Nach hier drüben Nach hier drüben gehen Und hol ich mir erstmal ihre Heimatstadt Fangen wir hier an mit Toronto Damit die Also man muss das schon Stadt für Stadt einnehmen Es ist einfacher Und besser Ja Voll und ganz Dann ist der Effekt auch wesentlich größer Dann bitte Ausgraben Katago klingt gut Jawohl Antikes Artefakt Antikes Artefakt Na, hier geht's doch ab Kultursieg Ich komme Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ja Na dann kannst du ja deine Pfoten von meinen Starten lassen Das ist ja jetzt mit den Franzosen zu tun So, und mein Leuchtturm ist fertig Große Leuchtturm Große Leuchtturm Große Leuchtturm Eine Land Dieser Leuchtturm Zog alle Augen auf sich Henry David Thoreau Ja Der große Leuchtturm Aha Eine Landung Nachdem man noch laufen kann Ist eine gute Landung Benutzt man das Flugzeug Am nächsten Tag noch Ist sie perfekt Chuck Yeager hat eine sehr Sagen wir mal Einseitige Einstellung So Nope Doe und Toe Soberwarnend. So. Ah, das hetzt ja. Neust ist der Wahnsinn. Da habe ich jetzt meine erste Kohle. Yeah. Danach hole ich mir die und es geht immer weiter. Ich bin mit den Franzosen befreundet. Das kann ich mir immer noch nicht ganz vorstellen. Und Gorgo ist auch so eine... Oh, cool. Der ist cool. Hey, überall baue ich gerade Religionsbezirke. Naja. Überall, wo ich noch keine habe, versuche ich welche zu bauen. Um den Franzosen etwas... Äh... Um den Franzosen etwas entgegenzusetzen, ihrer Religion hier. Die passt mir so überhaupt nicht. Aber war gut. Tja, und ey, was kunst du denn da wieder rekrutieren? Ein... Jetzt muss ich mal gucken in meinem Hotel. Was haben wir denn hier? Hier haben wir religiöse Kunst. Oh Gott. Die Armitage muss noch gefüllt werden. Hm. Heheh. Ja, das machen wir doch mal so Hier sagen wir Nix, hier geht es allen nur gut Oh Gott Warum Ist ein Missionar so teuer geworden Apostel, meine Güte Dann brauchen wir noch ein Zoo Um die Zufriedenheit hier hochzuhalten Hier noch ein Tempel Und da noch mehr Krempel Und hier Wo gehst du denn mit dir hin? Ach Glaube, welcher Er schafft seine meisten Glaube Der hier ist super Yeehaw Ich könnte noch nach Preslav gehen Das mach ich auch Ich ärgere die Franzosen Oh, oder noch besser Und statt sie direkt zu ärgern Was ja doch etwas dreist wäre Versuche ich mal nach China zu gehen Ja, sieht gut aus Sieht wirklich gut aus Wirklich, wirklich gut